Okay, auf geht's. Komm man, jetzt die Map holen bitte und schnell überfahren. Drängt euch aber an jetzt. Halt dein Maul. Auf geht's. Live. Dann geb ich live. XD. X-A-D, helle. Uhuhu. Ab 10-0 ist Negerverlauf, falls wir es so weit schaffen. Ich komm wieder von hinten, vielleicht klappt's nochmal. Ich versteck mich, Container, die haben mich nicht gesehen. Okay, dann. Oh, ich hab Stich. Aber natürlich haben sie mich eh gesehen. Uhuhu. Da hat noch einer gestanden. Wer spielt denn? Was macht ihr denn? Marcel kommt halt von hinten, ihr braucht noch ein bisschen. Vielleicht klappt's ja zwei. Noch einer. Im Tunnel. Also, weiß nicht ob beide... Weiß es nicht. Einer hat Stich, glaub ich. Der andere ist unbekannt. Ja. Oh mein Gott. Ab GT, GT, GT. O, F, F, G. Frag mal. Sie wollten überfahren werden. Frag mal, ob ihr 0,15 macht wegen Kirby. Wegen was? Nein. Wegen Kirby. Lassen wir fahren, ja. 2,50. Ja, ihr kauft alle 2,50 hier vorne. Ich hab Duel. Mach mal einer Flash da hinten. Chris oder Thor. Ich nicht, ich hab Duel. Ja, Chris hat. Ja, hab ich nicht. Direkt Flash einfach im Laufen, Chris. Sonst bist du schwer. Ich hab keine. Ja, aber Flash, ne? Ja, okay, ich flashe. Warte, ich sag's hier schon. Ja, kann irgendwer flashen? Nein, einfach Gas. Einer zu B. Flash fliegt. Ist jetzt aufgegangen. Noch eine Auto. Super Gold lang. Auto wirft der E. Oh, ich hab... Ich zieh Auto ab von der Grube. Ich kann Auto flashen, oder? Ich kann Auto flashen, oder? Ich kann Auto flashen auch. Ja, Flash, dann rase ich vor. Ja, ich flashe immer noch gegen Base. Ich flashe gegen Base. Was? Lass nochmal schieben einfach. Überfahrt jetzt kurz. Ich geh dann über Lang. Und ein Cutters einer. Und ein Cutters. Und ein Cutters. Naja, ich glaub nur einer. Überfahrt kurz, ich geh über Lang. Ja, überfahrt kurz, komm. Ich flash und ein Cutters. Ja, mach. Kommt. Kommt. Kurz steht auf. Kurz long. Kurz auf, auf, auf. Gezielt. Er kommt hinter, die gepusht. Mitte, beide, beide im Tor. Beide im Tor, Mitte. Und wir dann kurz. Einer und ein Cutters rein, oder Mitte hoch. Und der andere CT Base. Er ist schon auf der Kiste da, ne? GX ist. Bob has been planted. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Aber warum wollt ihr eigentlich nicht lange mit uns? Weil mich auf einmal aus der Base einer attackt hat. Und ich war alleine schon ganz vorne. Aber wir haben doch zwei lange schon überfahren. Ah, war doch vielleicht nur noch einer. Ich weiß nicht warum das wieder so geduddled wird ey. Ja, wenn mal zu Ende geduddled worden wäre. Ja, lass mal Kaufe legen, Kaufe. Lass mal Kaufe legen, Kaufe. Der hat halt schon Low Up hier alleine. Oder Galil oder was? Dann kauf ich Galil. Standard Aufbau. Ähm, Chris, hast du Flash? Oh, ich hab jetzt. Ja. Lass mal Kaufe legen. Kannst du gleich von Mitte oben mit uns mit rausflaschen? Ja. Kann ich machen. Ich hab nur Deagle und Flash gekauft. Wenn wir die kriegen, machen wir auch direkt B-Spit raus, ja? Okay. Okay. Aber nicht verlieren erstmal. Soll ich mitkommen, Oli? Cut us unten drinnen. Cut us unten drinnen. Oh, lass den davor. Kommt du? Nein, rechts an der Kiste. Hinter der Kiste. Aber einer ist noch Mitte unten wieder raus. Aber Cut us down. Mitte unten wieder raus. Wir gehen B-Traus. Einen B-Traus. Ich schiebe zum B. Noch einer, oder was? Lansport. Lansport mit Loch. Lansport mit Loch. Lansport mit Loch. Loch noch. Loch, Oli, ne? Ja. Geht doch mal, zwei Bays an der Loch. Nein, warum bist du denn nicht rechtzeitig blind? Wird doch so schön rausgegast. Man, laber nicht so viel Müll einfach. Wir strecken uns schon an. Ja, Neko. Ja, aber wir sollten uns wirklich ein bisschen seriöser nehmen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was ich hätte seriöser nehmen können. Guckt nicht weiter. Na, Neko dann. Einer B2B. Einer zieht nach Mitte. Drei Mitte. Und drei B rüber. Ne, das ist Mitte hoch. Geht kurz durch, ich mach Platz Gas. Kei, geht nicht, ich guck nicht rein. Ich guck nicht durch. Zwei gucken Mitte. Beide low, noch einer low. Mal wieder vorne. Mitte VB noch eine low. Nein, lass B go. Ich hab noch 100 HP. Ich sag euch, wenn eine VB verschiebt. Ja, das war noch einer. Es waren drei B, ja? Mitte jetzt eine VB. Komm vorbei. Ich komm hinter dem. Mitte oben schon. Mitte oben schon. Loch. Mitte oben und Loch. Loch rein. Wieder raus. Wirft was. Zieh die Becher und vor B. Der kommt rein. Der ist noch. Der ist rein. Der ist noch. Beide schon vor B, beide schon vor B. Lass schon mit die Waffe. Ja. Bin ich sicher. Ilians Tor. Vorne hin. Eine Ecke weiter Toss bringen. Jaja, ich lege jetzt. Pass trotzdem mal wegen Cutters auf. Die Gold. Cutters kann da sein. Vor Cutters, glaub ich. Cutters noch und Tor. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja, Tor liegt noch. Andrew. Andrew sagt ja. Du bist alles komplett auf mich. Ich leg die Waffe. Ich leg die M4. Ja, gib mir. Ich hab Top Spawn B. Ich könnte gasen. Ja, dann Gas. Ich halt mich drauf. Ich hatte gerade einen Windows-Fehler-Sound. Ja, egal. B ist mit Rush. Flash ruhig nochmal Richtung Spot, ja? Ja. Okay. Einer. Zwei. Ich flash dir die schräg, Oli, ne? Ja, mach direkt. Da schiebe ich jetzt zu B. Flash kommt. Weh dich nochmal um. Flash Spot. Spot ist einer, der liegt im Eck irgendwo. Die schräg einer. Ja, links am Spot. Ich flash Arsch-Eck. Down. Seht die Base noch einer. Seht die Base. Ich flash noch einmal. Okay, passt. Nice. Du hast Double gemacht, ne? Noch einer Base. Mitte am Tor. Mitte unten. Angeblich hab ich dann Double gemacht. Weiter geht's die Fahrt. Bin gar nicht gesehen. Wir haben wieder Topspaw in Richtung B. Ja. Zieh in der Mitte. Sag mal an, wie früh die durch sind. Klar. Ich geh mit auf Frag. Andrew, geh doch auch noch mit B. Flash du zweimal kurz. Ich flash dann Richtung Spot. Ich geh auf Frag und komm, dass ich nicht sterbe. Ja. Einer hat zwei zu B. Kante reichen. Schiebe direkt hier zu B. Lange einer weg. Schön. Ich bin blind. Bot down. Einer vom Tor noch. Vom Tor mit A.W. Ich smoke das Tor weg. Dele Loch. Ich hab Cutters. Oh. Ich flash einmal drüber. Der kann reinfahren. Ich smoke Loch. Fae Tor. Oh Gott, die kam wieder auf den Spot zurück. Cutters ist gedeckt, ne? Ja, ich hab Cutters. Lockdown. So gewesen? Weiß nicht. Guck mal raus. Top B frei. Top B frei. Top B frei. Ich geh mal T-Base. Loll. T-Base down. T-Base down. Mit Abre. Ich bringe die Abre mit. Der muss lang safen. T-Base ist er nicht. Geh nochmal über A. Geh über lang. Cool, da ist der schon, ne? Egal. Bin aufm A. Nicht flash lang einmal. Da ist vielleicht Grube drin oder er campt noch irgendwo vorm Tor. Schön. Und war er Gold? Ja, der... Denkens mal an. Ne, ich glaub nicht. Der hat zu mir geguckt. Ach, der hat trotzdem Gold. Da die. Fahr Todesgang. Deck mich bitte. Wie ist Blitrush? Wie ist Blitrush? Ich geh da nicht aufschluss. Ich geh da nicht aufschluss. Ich geb dir die B-schräge Flash, Chris. Jo. Der ist jetzt einfach um die Ecke flasher oder was? Eins, zwei. Ich verschieb direkt die B. Der ist jetzt einfach um die Ecke hier. Mitte rein. Down. Vielleicht noch mal. Ja. Der kommt. Der kommt da, ne? Der kommt da. Der kommt da, ne? Mitte unten war nicht blind. B down. Zwei sind Mitte unten da, glaub ich. Pass auf, Oli. Vielleicht einmal B rüber und lege. Komm mal über Cutters. Komm mal über Cutters. Ich klick B schon rüber. Du weißt. Sprecht euch ab. Ich hab Loch. Ich smoke. Tor. Einer nahe am Tor. Ich werfe Eto. Ich flasher aber Tor drüber. Achtung. Einer Loch. Loch down. Nice. Tor kann rein, wie viel smokes. Noch einer Loch. Down. Letzter vor Tor. Aber. Ich bin Plateau ganz hinten im Eck. Der wird safen gehen. Perfekt. Der wird safen gehen. Perfekt. Das Turn gespielt hat. Sauber. Gaspedal macht schon Bock. Leg mir mal Thorsten. Kannst du mir eine legen? Lass uns mal hier lang einnehmen. Ja. Lang einnehmen? Ja. Hast du die dritte Flash? Okay. Endo, du gegen die Wandflash. Endo, du gegen die Wandflash. Ja. Passt. Geh mit auf Schuss. Einer durch. Zwei durch. Fake nur B ein bisschen. Nee. Kein getraut, glaub ich. Ja Endo, du hast es falsch gemacht. Du musst schneller laufen. Du musst einfach nur geradeaus gegen die Wand werfen. Aha. Ich komm wieder mit lang. Über Langweine. Vielleicht einen Himmel. Mitte einer nach. Ich geh kurz vor. Ich hab auch nochmal gesmoked. Base. Doppel kurz. Lass kurz naden. Kurz noch low. Ne, er hat noch 70. Innen Treppen. Lass los die Bombe. Ja, er hat gesessen. Er push kurz. Er base. Base. Kurz gepusht. Der kommt wahrscheinlich zurück. Ich flash kurz und leg für lang. Einer nach Base. Ich hab jetzt Base nicht mehr. Ich hab lang. Einer nach kurz. Spielts einfach safe runter. Base hat nen längere Schuss. Ey, wieso? Schön Thorsten. Letzter kurz. Oh. Der kommt gleich auf A durch. Wie liegt Bombe? Oh. Ich bin lang. Einfach auf A liegt die. Also Millenium vor der Kiste. Ich bin Base. Okay. Seh wenn der 4er geht. Der ist er jetzt. Ist auf A drauf. Direkt bei dir. Starber Oli. Na, aber die sind Element. Tötet ihn so. Kennt ihr euch beide. Abseh. Ja. B, A sieht wieder gut aus. Lass liegen. Willst du die 4 gehen? Schießt sie gegen? Ja, schieß sie. Schieß mir. Im Laufen nehme ich sie mit hoffentlich. Laufen nehme ich schon los. Könnte passen. Was klappt. Mach ich gern mal ein langes rum. Ah. Au. Sorry, ich wollte sie noch weiter legen. Ihr habt Bombe am A. Ihr habt Bombe am A. Jetzt bitte ruhig hier. Ich nehm die Cutters, ja. Ich nehm die Cutters, ja. Wie lang kein? Ja, Richtung B. Ein und macht nur den langen Terz gleich. Ich mach den Kontakt einfach. Geh du da auf Frame. Ich bin bei dir. Der nah. Eko, 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 Eko. Ah. Hat der Diegel nur. Kurz auf, kurz auf. Bin blind. Mitte schon hoch, down. Plateau und fort. Noch einer kurz. Lass mal da auf B gehen. Lass einfach auf B gehen. Ah, frei. Einer ist noch kurz drin. Immer noch hinten Plateau. Ich hab nen Diegel Headshot. Ich hab nen Diegel Headshot. Wo ist der? Der ist hinten Plateau geduckt. Links um die Ecke, links. Pass nach links auf. Kurz ist keiner mehr. Links Ecke frei. Oder rechts wird er dann. Einer war schon gesprengt mit HE, Thorsten. Der Cutters, oder was? Steht der hin? Kann Cutters sein? Ich zieh den Cutters ab. Ich zieh den Cutters ab. Ja, Cutters. 10 Minuten Fliege. Ey, Knuss, Brich. Ich find der die Kiste, wo du gerade geschossen hast, ne? Der steht auf. Der hat alle Diegel geschossen. Ja, ich hab so Klingel 10 bei dir. Ich hab 10 HP. Ich hab 10 HP. Dann können wir den Gäse mit Rush machen, ne? Ne, lass mal ne geschmeidige Runde spielen. Lass mal langsam, wir spielen eine Runde. Eine Standard. Lass eine Runde Standards spielen mit Kurzspringen. Ja. Ich versuche mal wieder auf Schuss zu gehen. Ich mach grad zu meinen Gas-Time. Können wir raus, Marcel. 2B. Wir gehen B raus. Ja. Lang stehen die. Ich glaub, die sind zu dritt. Sie sind zu dritt. Sie sind zu dritt. Sie sind zu dritt. Einer ist schon in der Mitte. Die geht vielleicht gleich Plateau hoch. Die Flasche unten rein, glaub ich. Flasche in der Mitte raus, Chris. Ich hab aber hier einen gesehen irgendwo. Ziele vor Loch. Das ist kurz, Arane. Ich steh Mitte draußen. Sprechen kurz. Mitte low. Braucht ihr kurz ne Flash? Mach mal. Ich bin aber Flash. AWP VB ist low. Lange hat er gepusht. Lange am Tunnel. Lass einfach kurz durch, oder? Wartet. Ich flasche den. Ich flasche den. Ich flasche ihn. Ich flasche den. Ich flasche den. Ich flasche den. Wichtiger Frag. Grube. Ich komm wieder in kurz. Mit einer hoch. Ich bin richtig low. Ich bin richtig low. Ich flasche den. Flasche nochmal gegen. Lange Grube. Ich bin weiß. Wer war das? Die Liga. Lesser oder einer? Nur zwei. Zwei. Letzter auch low. Lange war noch einer. Wo ist der Lange? Es war der schon. Letzter. Ich glaub ich weiß nicht. Ich hab ich nicht gesehen da. War der lang. Aber ist der tot oder ist der weggelaufen? Wissen wir nicht. Hast du die Awe noch? Lebst du noch trotzdem? Ja, ja. Ich leb noch. Du bist der Überlebenskünstler 3000. Oh 6 HP. NP. 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 Geh Richtung Kurz Ich Molotow den A Ich bin blind mit da unten Fläch Himmel Oh, rechts am Auto Ich bin super doll Ich bin blind, ich bin auch blind Steht immer noch Ja, ich werfe eh dahin Er kommt rum Mitte einer down Ich bin kurz, wir gehen jetzt lang Gas C, der Base einer Hat mich genaded Ich fläch noch einmal Base Oli, ich lieg viel lang Ja... Ich fläch kurz rein und lieg direkt viel lang Ich hab lang gerade Base einer Base down Ich hab noch einer Base C, der Base down Ja, ich geh direkt kurz rein, der ist in War der weit vorne schon? Nee, der war... Der war mit unten am Tor Ich guck Base auf Füße Der hat immer noch mit unten gesteppt Steppt vor B, glaub ich Ich glaub auch Der Nicht-Gaser kriegt auch mal einen Frag Weil er keinen Frags kriegt, weil er lieber alle übergas So, Gas, B, ich hab Tops fahren B ist mit Gas oder was? Wirst du hier gasen Und wir könnten nochmal lang gasen Ja, dann gasen lang, dann gasen Dann gasen wieder kein Gas Ey, du musst einfach rauslaufen Und dir vor die... Einfach gegen die Wand Vor die Wand werfen Und umdrehen Weißt du? Dass die so Richtung Grubel titschen quasi Naja Zwei... Die haben ja gesmoked Zwei zu B, dann Mach Ich smoke die Mitte nochmal knusprig Und dann geh ich zu lang Ja Kurz auf! Kurz Pusherdown Lang durch, lang durch Wir geben lang wieder Gas Seht die Base in dem dunklen Eck Ich flash Base Schock da mal hin Hätt die gut geblockt Kurz noch auf, ich bin mitte unten am Tor N... äh... Zieh mal Base ab, Olli Ich leg für lang Hab Base geflasht Geh lang mit der Arme Zwei sind bis hier unten Was? Geh lang mit der Arme Geh lang mit der Arme Ja, ja, ich geh Hübsch CD Base down, noch einer vor kurz irgendwo Lang Down Oh man ey Einmal ein bisschen rom jucken Rom jucke Ja, das hat ja keiner gesehen, was der gemacht hat Nur Olli hat's gesehen Kann wieder lang gasen Ja, ich bin B Gas Krass, wollte ich nochmal lang gasen Ach, ich guck einfach mal Wolltest du den lang einnehmen, ja? Ja, ja Wolltest du den lang einnehmen, ja? Wolltest du den lang einnehmen, ja? Machst du die Flash, Olli? Ja, ja Ich flash dir diagonal wieder Einer hat lagshot in Mitte, was ist das denn? Ich weiß nicht, wie viele durch sind Zwei auf jeden Fall Flash kommt Maybe more Mach mir die Mitte Was Auto auf, da kämpf ich dann wieder Jetzt Auf Mar, AWP Und vor Goose Goose down, noch eine AWP auf Mar Der hat auch schon Hits Ja, mach Jock jetzt einfach in Mitte raus CD-Base pusht, glaub ich schon Ich hab hier noch Base Auf den Spot noch, auf den Spot Nee, Boost Der war geboostet Noch eine CD-Base, schräg hoch, schräg hoch Wo? Down Blitzscher oder VB, CD-Base Ich leg die Bombe Kannst du lang gehen Nein, ich leg einfach Scheiß doch Ich hab lang Ich mach Maus Ich mach Maus Ja, ich hab lang Ja, ich halt dann HE, wenn du spottet hast Ja, ich spott dann eh Ja, passt Wird nicht mehr genötigt, deine HE Wie viele Demits hast du gemacht? Ich hatte durchs Tor Mitte 46 Damage Gibt nen Leg Shot Lass uns mal Standort davor schwehen Diesmal wir komplett schon an und wir gasen EP raus Ja, lass dann kurz mit HEs normal einnehmen und dann den Kurzblit am Arsch spielen, wenn nichts passiert Ja Zwei Mitte, schon wieder ein Hit Und ne AWP Mitte Uh Also drei Mitte Lang, Nate Die stehen lang lang Die stehen lang lang Die stehen lang lang Zwei Leute lang Die Gasen lang Einer tot Ich smoke die Mitte Ich flash aber mit rüber Lang sieht frei aus Der Warhol ist zu zweit da Ich komm mit dir lang, Joe Ja Ich flash noch drüber Warte, warte, warte Warte, warte Nach vorne, nah Links, links Am Tor Ich flash lang Die AK ruhig Oder safe Einer ist viel lang weg Ist egal Einer ist noch lang Schräger einer Alter, was ist denn das denn für Legs Ich komm kurz nach Fangen wir einer Einer ist hinter mir Immer noch Einer noch lang Grube wahrscheinlich passt Auf Olli Einer ist schräger Der kommt hoch Der kommt hoch Lang noch Wie ist denn hier eine normale Waffe, ey Ne Neger fliegt das Ja, das ist ein normaler ACD Scheiße hier Ja Schade, Mann Komm, 12-3 jetzt Aber wo hat er mich denn grad die ganze Zeit die Tech gefunden? Ja, von lang, glaub ich Ich hab halt nie einen gesehen im Drehen Hättest du mir gesagt, dass die Neger da rechts hinter mir hättest du die genommen Lass mal wieder lang einnehmen, das klappt ja jedes Mal Ja, ich geh einfach wieder schnell Kattas runter Endo Flash wieder Diagonale, ne? Einfach hier Einfach hier Einer zu B Zwei zu B Ich glaube Drei Ich bin nicht sicher Drei Ich flash drei Ein B-Step nahe an den Kattas Kann gut sein, dass die pushen Super Mitte Flash Alter Super Down Schön, Mitte noch ein Flash Rennen weiterhin auf A durch Mitte pusht aber nichts, ich geht kurz durch Nein, T-T-B, dringes Eck Nachte ich small Kurz ist frei A-Sport sieht frei aus Ich halte direkt kurz Uh Nichts mehr lang? Ja, so, oder? Ja Kurz down Was macht er denn? Oh M-Has been violated Boah, richtig A-T-Pose Oli Der übersieht mich ein bisschen, oder? Ich glaub, die safen aufm B Marcel machst du ne Pause? Ja Ich brauche ne Pause, ist dann abgekackt Wir wollen Pause Ja, bei der letzten Runde Na, der kann man nur zählt die Bässe mit der Awe Immer noch Mitte schräg ist abgekackt, da geht der dick rein Wie er fliegt, hui Einer lebt aber noch Da kommt Pause, komm Tab Alter, haben wir's geschafft Dieser WNE hat dir aber auch nen guten Freefall gegeben, Chris Er hat Granate in der Hand, da kurz dran Ey, Oli, ich trau mich nicht ins Windows zu gehen, weil er eben Ja, lass das sein müssen Du musst einfach lieber warten Ah, Chris, gegen Noobs wieder voll am Start hier, hä? Jaja, da fühlte er sich wieder stark Ich mein, ich war ja vorher unschlecht, also Ruhe, ihr Naps Ja, aber gegen so drehst du mal ganzer Art auch Ja, gegen sowas hast du halt immer easy über 20 Fracks Ja, was soll ich denn machen, wenn sie mir mal reinlaufen, wie so Bots Warum? Die sind ganz gut In's Halbfinale gefahren Also auf Inferno war ich nicht so gut, falls es euch aufgefallen ist Da hab ich nur die Gewohnshots passiert Hat Terra ohne DaniBash wohl nichts mehr Kraft, oder? Ja, DaniBash hat ja 12 AP ist wohl Ja Waren auf jeden Fall ziemlich skilled Ja, ja Sag mal, wenn er wieder da ist Er ist noch nicht wieder da Er ist, äh, vielleicht da Die sagen schon Bescheid Aber wir kriegen bestimmt noch BPs, weil du Katsuya J heißt So sieht's aus Der einer hat grad im Wire Chat geschrieben, sind ready, oder? Oder war das vorhin? Oder grad nochmal auf die Zeit Ja, die Zeit im Wire Chat buggt aber manchmal Ja, die buggt wirklich Aber ich glaub das ist er Das ist er Das ist der Traummann Ich mach einfach Ich mach go, ich mach go Ist er wieder da, DaniBash? Ja, steht doch auch connected und so Seid ihr ready? Ja, 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 ja Geht los Abfalt da Boah Was gibt's jetzt? Ich glaub wir gehen jetzt mal ab Ein Langrush, so wie das aussieht Oh ja, dann kommt dann Gas Langrush haben wir lange nicht mehr Ja, kommt Einfach mit allem Mann da durch, da soll der Geilz Kommt doch Mittwoch Nein Schade Doch, kommt Was soll der Geilz? Ach Das kommt Stopp 2 AP Ooooo Oh, Mitte und gesprengt Digga, nichts Auto aufpassen Ich smoke a base Ich flasche Himmel Ich flasche Himmel Ich flasche auch nochmal Himmel Oh ja, das ist denk Hi, he's in kurz, bitte wer hat Ich bin super weiß Ich bin auch ein Mega-Mill Komm schon Irgendwo Deagle, auf den Spot, auf den Spot Lauf irgendwo durch Hab ich ihn? Base hoch Was auch, da kommt noch einer Noch einer, noch einer Noch einer, noch einer Jetzt zieht rumgegenlang Da liegt ne Negev auf der Rampe Touren drei Wo? Wo? Ja, AWP Andrew hat das easy Andrew hat das easy Stimmt, kommt eine lang Kurz, Anna, ich lege Ja, ich 2 und 2 Ich flasche noch kurz gegen Da kommt glaub keiner Boah, die scheiß Flash, ey Gold Kurz kommt Am Vierer schon Die Düdel AWP Aber wir brauchen dann auch nicht mehr 10 Flashes Weil ich musste mich dann zweimal wegdrehen, Marcel Es hätte einfach nur Ollis ein Eröffner gereicht Richtig Müsste nicht auch noch Richtig Mehr Gas, weniger Grants Ollis war 4,50 Meter Ja, ja Machen da wieder Duell Kaum 5 Runden, Mann Lass es bitte schnell holen Oh, Digga, du fährst du eh nicht mehr Pimpern Also halt's Maul Hast du wieder Käfer an dir, du? Mann Ich will trotzdem jetzt die Slot safe haben, du Bastard Du fährst du in der Pimpern Wart mal hot Halt dein Mool Du Angst hast Halt dein Mool Hast du es nicht schon auf morgen verschoben? Jaa Aber ich kann dir ja Es geht ja doch schneller Ich kann dir ja vielleicht noch schreiben Ja, schreib mir heute und morgen Und Olli? Ich hab zweimal Granaten Ich hab halt auch zweimal Granaten Es ist immer das gleiche, Marcel Du sollst aber als erster vor WM ist anbar jetzt Lang komm Flash Ich flasche, komm Wir sind schon da Ich flash nochmal live Hier hat noch einer da Zwei noch lang Beide blind rechts Ja, hier, komm da Jetzt ist er aber nicht mehr Ja, die Haie sitzt Wir haben noch eine Noch einer lang Alter Noch zwei lang Müssten beide lang sein Komm beide, sind beide lang Komm die Der Bus? Ja Düdel, mach mal die Runde klar jetzt Weg nochmal nach oben Dann wollen wir wieder weg Geh mal kurz gegen, bitte Düdel Ich geh Mitte Jo Mh Hm Die Mitte nichts Ich glaub ihr hat B Mitte gar nichts Die B dann schon mal ins Loch Mh, gucken wir mal an B ist aber noch nichts raus Ah, vielleicht haben die langen Auf A, auf A jetzt Beide Beide drauf Wo liegt dein Kit, Chris? Äh, lang Ah, nicht Oh, ich hab Pett Ist da eine Rampe da? Ja Eine Rampe Eine Rampe einer Goose oder so Geht's vor Goose Schade Ja Oli, wie viel Damage hast du in der TBAs gemacht? Ich hab ihn 60 gemacht TBAs 59 Welcher war denn das? BNE glaub ich Lass mal wieder früh kaufen Komm Ich geh Kevlar 44, ich hab 59 gemacht Wir holen die Runde BNE hab ich 44 gemacht Das war Gutes immer aufs Tor, Oli Oh, ich hab dann Smog Ich hab im halb 59 Gut, ich glaub ich hab lang nochmal was gemacht Push, push Oh Lass mich lang rausfahren Ich hab mich schlecht, ja? Ja, warte Zwei Mitte oben oder drei sogar Kann ich kurz durch oder siehst du das? Oh, lang Die sind zwei Leute Ich bin jetzt unten drin Drei Leute kommen lang Oh, totes Sprint Die gehen kurz durch gerade Nein, zu schlecht Lang drei Ne, zwei Drei Lang durch Drei lang Komm jetzt Der ist gleich tot, Oli Ah, einer gammelt noch steig Down Er war alleine, Endo Er war halt alle auf A Kannst dir dann seine Waffe Ja, halt rein, nur sorry Uiuiui Die hitten aber gut Schade, ich dachte jetzt, du gehst da raus und machst drei One-Shots Ja, aber der erste Hit-Shot, da war ja doch überhaupt nicht drauf Ja, links war eins voll weg Ja, war das voll Wacht ihr mal Das Smog mal in der Mitte das Tor Und nicht Smog Todesgang Pusht man dann die Mitte hoch Ich hab noch eine Flash für oben links dann Ich hab kein Geld für Smog Mitte Hat jemand eine Smog? Ne, ich hab nur ein Smog Wir haben zu wenig Geld Smog Todesgang Ja, das war ein Der Tor in Kurzweil, die Fläche Mitte einfach im Himmel Ja Mitte schräge Und Mitte oben noch Und Mitte oben noch Hol Kein Schuss mehr AK liegt Du hast da keiner Ich hab das unten Ah Oh, Andrew Ja, die AK war auch leer Ja, ey Aber 2-Flex Ja, komm jetzt einfach holen Jo Ich hab M4 Wird die jetzt nicht mit dem Gas übertreiben Ne? Ja Verstattung jetzt, strengt euch an Bleib auf A Ich hab B-Netz Nur Flash Hat nichts sonst wie kurz Du hast gar nichts gesehen Vielleicht B-Goin, ne? Pass auf Pass auf 1 Dann gar nichts Ganz rein B schon raus Ich bleib beim Block Ich schiebe Ich schiebe Boah, der hat nichts mehr im Plateau jetzt Ja, geh rum Ich hab geflashed Wow, ich bin blind Ich hab geflashed Wow, ich bin blind Ich hab geflashed Check down, cut us, let's say Cut us Low HP, ich zieh den ab Nice, Wunde, Chris Der hat halt NaviP gehabt, Chris Hast du das gecheckt? Ja, juckt mich nicht Ich fick den Ich bleib einfach im Schlitz sitzen Juckt mich nicht Ja, hä? Ich hatte sie da vorne Aber irgendwie in dem ganzen Gefeite, Chris Hat man gar nicht gehört, wann deine Flash jetzt gekommen ist Ja, ich hab den deswegen extra auf das Go gesagt Ja, jetzt Kann wir was legen? Kann wir was legen? Ich brauche auch Ich leg die andere Ach, das spielt Thomas Du hast schon Chris, ne? Ui Boah, der kann ja nicht gucken Ich denke ich soll Lang, Step, Flash mal Flasher Ich verschieb mal, war wieder Ja Müsst nicht blind sein Noch einer Kurz gemacht, ist reinggegast Versuch lang zu halten Zwei kommen lang vorgegast Drei kommen lang vorgegast Drei kommen lang vorgegast Oh, okay, dann komm weg Oh, oh, ich bin tot Sauber, Bombadon Ich steh nicht mehr Ich steh nicht mehr Die haben noch lang Ich bin zu Base getroppt Alter, kommt ihr Element runter Sind also Zwei lang und einer ist schon auf A Okay So, weiß Einer Schräge down Nice Der kann die aber bestimmt picken Ich glaube die lag scheiße Der ist bestimmt schon Headshot schräge Der kann die auf jeden Fall, denke ich, picken Ah Ja Der andere war doch lang Lass Thorsten mit seiner USP einfach vor Soll ich vordadeln? Ja, ja Ihr müsst ihr bei euch schon mal mit eurem fetten Arsch bewegen, ey Jo Ich schreck die Adi und dann gas ich Mach Wahrscheinlich liegt für lang auch Ich spreng den Goose Vielleicht Headshot schräge der ist noch da Alter Und von lang Headshot schräge und lang Ah, schade Ihr wurdet gedouble haeht, Alter Wie lauft ihr denn aneinander rum? Hä, ich hatte noch 15 Ne, er hatte nicht mehr so viel Der hat ihn einmal ekelhaft gehittet Keine Ahnung, spielt mal bitte auf kurz halten Ihr werdet lang immer weggegast Ich verstehe das nicht, was ihr da immer macht Ich weiß auch Die sind nie blind, hab ich das Gefühl Ja, die laufen halt rückwärts Ja, das ist halt behindert Die hat langen Gas und dann müssen wir das lang halt aufgeben Mitte, nachts Ja, aber dann Wir spielen jetzt einfach wieder so wie langen Gas Anti Dieses mit der Smoke und so B kommt was vor Wow, B Gold B Gas, B Gas Ich geh mir richtig an rein Noch einer B raus Drei Stück mindestens Schau'n Plateau Lohach er das, Lohach er das Weyerfehl draus Ah Mitte raus Oh Gott, ich bin blind von irgendwas Komm, konzentriert man Ich bin mal seriös nicht Jo, auf geht's Warst du so blind tütig? Ich hab kein Geld Ich könnte kaufen, oder wollen wir noch mehr ECO machen? Lass kaufen Keine Farmers halt Ich hab Farmers Ich hab Farmers Boostet euch halt kurz rein Ja Der Farmers kann ein bisschen lange ekeln Ja Ich bleib mal mit am Tor, dass ihr euch direkt supporten kann Ja, ich smoke Ich smoke den nur B1, oder ich smoke den Komm hier nachts, du sollt lange wieder einnehmen Ich bin mitte direkt bei euch Seid ihr kurz angeht? Lang geflasht einmal, glaub ich Ich bin auch Wir sind in kurz drin, ich bin weggedreht, das ist nicht blind fertig Lang geflasht Lang geflasht Lang geflasht Lang geflasht Molotov kurz Er reicht mich nicht Stell dich mal hinter den Molotov auf, die kommen vielleicht danach direkt da durch Lang geflasht Lang geflasht Ich bin weggedreht, das ist nicht blind Ich weiß nicht, ob Lang geflasht Ich bin totes blind, Chris Lang geflasht Kultzlo hat Headshot Ich bin ultra blind, man Kurz down, kurz down Der war alleine Ist lang Ja, auf A Sollen wir beide über Base Oder safen Ey man, wie kann das denn so unlucky sein? Wieder ein Headshot Und der stirbt nicht Hat er dich komplett weggelackt, Thorsten? Ja Oder stand sie nicht gut? Nein, der ist aufs Blatt hochlaufen Ein Schuss war ich tot, oder war? Was hast du denn noch? Ich hab Tor Okay, ich bin, ich hab gar nichts, ja Guck da ab und zu, cut das Das sind die Geräusche hier auf das Zeil Dein Step? Ja Ich hab kein Step gehört Du hast einen gemacht? Ja Ich kann mir fahren, was legen 3,7 3,7 3,7 Ich smoke die Mitte, lass mal alle A Versucht, ich schalte euch gegen Flech dann lang Versucht dann mit uns Wieso könnt ihr lang denn jetzt einfach mal rein Molotowen? Was machen wir? Wie denn? Wir kommen ja nicht rechtzeitig da an Die sind ja schon lang gegenüber da Wer war das? Wir haben nicht so Tops bei uns Ich Ich spiele Intelligent Lang Flech Habt ihr noch? Molotow Die wollen uns verbrennen Ja wer Ich Flech jetzt gleich noch Tunnel Tunnelfleisch kommt Push, push Bei T-Base zu B gehe ich Gehe bei T-Base auch Ja die geht zu B durch schon Ich save meine Waffe direkt wieder Ja Ich auch Also ich sage ich bitte zusammenreißen Beschränke sich nichts Mitte unten am Tor Ja Die T-Base ist immer noch mit unten am Tor Immer noch mitte am Tor Seid ihr alle vor B oder wer seid ihr? Ja Nächste Seite Noch einer Warum Andrew? Loll Hier liegt eine AK an der T-Base Ja ihr habt beide Ja Ja vielleicht hat die Farmer seit der Schmitte Mitte oben herunter Kommt man jetzt Lass mal die Runde holen Ich hab Awe Lass ganz normal einfach Awe weiterspielen Nur halt mit der Smoke Und ich werf Oder du halt kriegst dieser Prediction Flash Ich hab Awe Ich habe nur eine Flash auf A ja? Merkt euch Ich komm direkt mit Ich guck nicht in die Mitte Ach doch ich guck in die Mitte Nein die war ich nicht Ey man wie ihr immer lauft Man lauft doch rechts lang Tröpfchen Ja Was Schon lang Grube B schon an der Wurde B schon raus 2 raus 3 raus B schon an der Wurde 3 raus B schon an der Wurde Du hast safen oder? Nein wir gehen nicht Wir werden jetzt nicht mal was picken Pass mal auf Der Tommo der kommt immer Mitte Die werden sich in den Däumen zeigen In der Watt-Tor Doch er ist Mitte unten am Tor 1 HP Wenn du halt da direkt mitkommst, haben wir hier zu, ja. Hey. Warst du blind denn, oder? Nee. Keine Ahnung. Warst du nicht schnell genug im Plateau? Ja, du darfst nicht im Plateau gegeben. Ja. Du musst im Plateau. Du hast genau das Aids-Timing. Spitzig, Mann, ey. Loch-Gaming. Der kostet ja keine Zeit. Ich gebe ein Tor, ist ein Morker, halte ein Monotor. Fertig. Aber es ist halt verschenkt. Ja. Gasen halt nur raus. Ja, genau, wie wir. Ja, spielen wie wir, also. Auch falsch. Erkauft mal mehr Molotows jetzt gegen die. Oh, ich hab mal ein K. Werf meine HE. Ja, wo soll ich denn die hier wegwerfen? Kann sein, wichtige Runde jetzt. Egal. Gleich Nuke wird schwerer, also reißt euch zusammen. Ja. Bin blind lang, ich flash einfach irgendwie. Lang wieder schnell. Ich flash nochmal, Chris, flash kommt. Lang schnell raus, ja. Ganz B drauf gehen. Ja. Lang drei. Ich hab lang gegen geflasht. Ja, ich bin blind lang. Ich bin am Plateau lang. Ich flash nochmal gegen. Einer kurz drin. Ich bin super blind langer. Ich bin halt Grube, 30 AP. Ich bin gleich tot. Noch eine Bombe down lang. Oder? Ich hab kurz den Molotow geworfen. Ich hab kurz den Molotow geworfen. Grube zu lang. Grube drei lang. Noch zwei lang. Noch eine APT Grube. Ich hab kurz gleich. Auf war. Am Vierer. Und down. Letzten Bein lang gewesen. Ja. Aber auch. Aufpassen. Ich hab kurz. Ich hab da Step was vor. Ich hab da hin zu. Ich hab da hin zu. Ich flash einmal. Alles schon durch. Ich flash nochmal A hinterher. Ich flash nochmal A hinterher. Nice. Andrew man. Auf und braun. Wichtige Runde jetzt. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Kann wir legen. Ich brauch einen normalen Drop. Andrew. 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 Wir wieder außerhalb. Wenn du. Ja. Ich war lang halt zu. Low. Chris werft ihr die Smoke einfach mal auf den Boden. Ganz normal. Die kommt immer voll spät erst. Ja das hat halt auch zum gereicht. Aber. Geht halt eh mal. Die bleibt ja direkt liegen. Flash kommt. B flash soweit. Katte Molotow. Werner raus. Mach einer. Schön ich push direkt mal lang. Nee das war's. Okay. Ja vor lang. Gammelt einer. Das war B fake. Oder die warten wegen Molotow. Wir zoomen noch eine AVP Andrew. Ich spring rein. Und ich werd schon mal Molotow. Ja ich versteck mich. Pass auf wegen vor B. Ja ich hab jetzt kurz. Ich bin Aschräger. Komm doch eher vor B machen. Ja. Mitte oben steppt. Nur ab und zu mal B gucken und kurz reinschießen. Kommt Richtung lang. Ja warte ich komm zu dir. Schieb. Ja ja. Nice. Der steht lang rein. Noch einer lang. Jetzt. Raus. Reichzeit im Container. Kannst du flashen? Nein. Kurz. Oh man. Trotz down. Lang letzter. Oh. Ich hab noch flash. Letzter lang. Ja. Minus 59 hat er. Sag mir wenn ich flashen soll. Kommt er geht zurück. Er geht lang zurück. Nein nicht flasht. Ey das hat sich angekürt als wird er vorkommen. Keine Ahnung. Steppt er. Jetzt kommt er nach vorne. Na aber. Hab sie hab sie hab sie hab sie. Okay. Direkt neben dir. Kommt Jungs auf geht zwei Runden. Kannst du zu vielchen Colt gegen den? Ja. Ja. Hier wieder selber düdel. Ja. Ich komme mal mit euch lang direkt. Einfach mal ganz hitz. Ich hab keine Smoke. Ich smoke. Mit am Peer. Oh die kommt. Lang. Ich bin blind lang. Ich bin super blind. Ich bin super blind. Flash einfach nochmal jetzt gleich irgendwie. Kommt. Vor Grube und Grube drin. Zwei jetzt Grube drin. Lass weggehen. Lass weggehen. Ich hab die noch lang. Ja ihr habt ge-jeißen. Drei sind lang. Drei sind lang mit Bombe. Ein und Katastrophen. Halt mir mal wieder die Flash Oli. Die du Endo gehalten hast. Geht das? Ja. Kurz ist ungedeckt oder? Ja einer war auf jeden Fall. Oder deck einfach Mitte noch. Die waren zu dritt lang. Thorsten zählt eh lang mit Aave. Ja ich gebe ihn als Loch. Gott sei Dank. Wo bist du auf A? Ja ich bin weg. Lang Aave leider noch Aave. Ich bin auf Aave. Ich bin auf Aave. Ich bin auf Aave. Ich hab kurz aber richtig scheiße. Nur von dieser Kursor hier. Was war überhaupt? Na vor B einfach düdel. Wenn wir überhaupt die B noch kommen. Können die lang vorschleichen? Nice. Lang letzte. Ich kann flaschen jetzt. Flasch jetzt direkt. Flasch direkt. Kommt. Ganz vorne. Flasch nochmal. Hinten lang. Jetzt ganz wenig. Wo ist der? Rechts lang. Lass du mal einpushen. Aave wie Kube. Oder auf A. Keine Aave. Egal. Egal. Kann der eine AK haben? Ja. Andrew AK? Andrew Aave. Ja. Braucht einen normalen Drop. Hat wer? Ich leg dir hier. Ja. Okay schnell. Die Linke Reihe. Mal die Party. Ja. Alles hin und her. Ich geh Mitte. Wir enden jetzt. Ich flash dir wieder direkt, Chris. Aber komisch. Flash kommt. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Mein Fehler. Mitte gesmoked. Weiß nicht. Die Schienen B glaub ich. Die Schienen B. Die Schienen B. Die Schienen B. Okay. Ich verschieb mal. Ich bin auf dem Plateau. Hier zu rein. Ja ich zieh. Einer weint der Smoke rechts. Bin noch in kurz. Aber wir kommen nicht. Wir sind alle auf A. Egal. Wir sind jetzt einfach zu dritten B. Wir gehen jetzt einfach zu dritten B. Ich bin in kurz. Mitte an der Big Bar. Ich bin mit dir am Spot. Ich heit Flash. Ja ich geh zum Auto. Mitte oben einer. Okay oder passt. Wir stehen kurz Jungs. Wir stehen vor hier vielleicht. Ja. Ich geh jetzt einfach mit mir selber ein Ziel mal. Das sind Steps. Die weißt du ob die kommen oder weg gehen? Ich glaub die kommen B. Nein da sind es zwei. Die kommen vor. Noch eine. Alle drei. Alle drei. Mitte oben AWP. Oh Gott ich drück mein Gehauer. Feuer durch. Mitte oben rechts AWP. Aber haltet doch dann ruhig weiter den B und wir spielen den A auf Retake und nicht um dann rein pushen oder so was machen. Ich hab nen Diegel. Ich hab nen Diegel. Ich hab nen Diegel. Ich hab noch 2 Flashes gekauft, Chris, wie lang? Hier mit lang. Ja, sind bestimmt die raus. Flashes lang, Flashes. Flashes nochmal. Ist nix. Ja, ich mach weiten Set. Lang, sieht frei aus. Warte, zählt auch nix. Einer ist rechts. Ich geh T-Bass. Geh du den Cutters. Zwei da, zwei mit oben muss halt. Zwei oder drei, ich weiß nicht. Ja, da kennt noch 4B. Oh mein Gott. Komm Cutters rein. Down. Immer noch mit oben. D oben, einer down. Ach, da kam einer Cutters unten und dann noch so ein B. Cutters liegen, wenn du den Cutters holst, habt ihr zwei. Ja egal. B drauf. Ich save die A, oder? Eigentlich... Ja egal. 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 Warte mal langsam. Mitte wieder gezielt, ich hab wieder low. Ja ja ja. Flash jetzt. Achtung, du musst weg zielen. Ja ja. Ne ich mein Thorsten. Ja ja, ich hab das ja... Okay. Lang diesmal ganz ruhig gewesen ne. Mach sieb mal direkt einer in die Mitte. Ja ich bin noch weg. Ja ich bin schon in Richtung C, der Base. Ja du nicht Oli. Einer von A. Warte noch ob dich gröss. B, B ist noch AWP. B. Die Mitte nach ans Tor. Du kannst dir dann so einen Schlitz zielen und ablenken für mich. Gehst du Chris? Ja ich zieh mir in die Schlitz. Wo war die Smoke? Keine Ahnung. Ich hab hier noch nachgesmockt. Dann kurz auf jeden Fall vor. Ja ich zieh mir von den Headshot rein. Musst mir halt irgendwie lang dann flaschen. B Flash. Aber kommt noch nichts. Kommt noch nichts. Kommt noch nichts. Und Cutter-Step. Ich krieg mich noch VB an. Hol. Die sind Mitte unten wieder. Mitte unten wieder mehrere. Kurz geht viel. Flash einmal in Mitte. Wir haben zwei, drei, vier kurz. Ich hab kurz ein, drei kurz. Ich hab kurz ein, drei kurz. Mitte raus, Mitte raus, Mitte raus. Mitte down. Schön. Drei kurz noch mindestens. Ich pushe lang. Ja. Drei kurz. Obwohl ich bleib dann lang. Kurz wahrscheinlich noch drin. Flasch gegen. Kurz Richtung A. Ich flash die auch noch mal. Einer ist von A. Zwei sind vom A. Ich flash der noch mal Torsten. Ich flash der noch mal Torsten. So kurz jetzt von hinten. Zwei oder drei drauf, ich weiß nicht. Ja, drauf. Die Wand ist blind. Die Wand ist blind. Die Wand ist blind. Ich springe an dich, spring hoch. Ja. Ja. Okay, bist weg. Kannst nichts vorbeilaufen. Oh, aber echt gold. Oh, wer's been planted? Der Terrorist zu gehen. Ui! Oh man, warum ey? MR? 5. MR5, 10k oder was? I don't know. MR5, ja. 10.000 oder so. Ja, genau deswegen passiert sowas. Fuckt mich ab, ey. Wir sind wieder CT. Steht mal jetzt, man. Wir gewinnen das jetzt, komm. Boah, mein Rück schwitzt wie Sau, alter. Das interessiert glaube ich herzlich. Ja, aber es ist so. Es fuckt mich gerade ab. Wie viel Zeit man ist? 10k. 10.000 bei 5.000. Ja? Ja. Hast du auch nachgeguckt? Nö, nö, nö. Dann guck ich mal, weil CSGO ist alles komisch. Ja, das stimmt. Das könnte genauso auf MR5 16.000 sein. Guck einfach. Wenn der halt stimmt. Eigentlich ist MR5 16.000 glaube ich, oder nicht? Und MR3 ist 10.000 nur. Ja, aber... Ich guck nach. Das war letztes Mal auch so. MR5 und 10k. Bei irgendwas anderem. Und die hatten da die ESL-Rules übernommen. Ja, MR5 16.000. 16.000? Okay. Ja. MR5 oder 6, hey. Wie kommt ihr denn auf 6? MR5. Ich glaube, die raffe nicht, dass 6 zum Gewinnen nötig ist. Habt ihr denn A mittlerweile eine Methode gefunden? Ja, lang geht jetzt schon halt. Wenn wir halt da direkt smoken, halt gegen die Rushs und dann auf Prediction Flash einfach. Das ist schon ganz okay. Aber wenn die dann auch noch Molotow haben, dann alles ist halt schwul. Weil ich bin dann grube gefangen. Du musst die auf jeden Fall jetzt gleich... Kurz auf cut. Für Arschläge musst du dir einen Molotow kaufen, Thorsten. Dass wenn die dann kurz kaum machen, dass du die erstmal aufhalten kannst. Hat er ja grad schon gehabt. Okay. Okay. Letzte Runde. Aber das hat halt nicht gereicht. Da hab ich in der Mitte halt auch richtig dick Damage kassiert und Oli ist in der Mitte auch gestorben. Du bist in meiner Chase. Warte. Jetzt. Wenn die A durchkommen, ne? Und du CT-Base kriegen kannst. Geh immer CT-Base und Flash hier gegen die Kiste. Aha. Ja? Okay. Du kriegst da hin, oder? Steck schon. Gut. Komm mal, lass ihn. So lange die schrägen Spieler leben, ist die Supportflash nämlich wichtiger, als dass du von hinten kommst. Und ihr müsst eigentlich nur, wenn der Kurzco kommt, einfach nur Molotow da hin schmeißen. Dann holt ihr so viel Zeit raus, dann können wir 50 Mal gegenflashen. Ja, hat er ja. Also Dings. Thor hat er ja. Dann bist du aber halt mit auch, weißt nicht was du da gemacht hast und ich hab auch dicke Hits durchs Tor bekommen. Wenn die Molotow dann am Arsch schmeißen, ne? Wenn die Kurzco machen, dann müssen wir aufpassen, dass sie nicht Base runterkommt. Aber es könnte gut sein, dass wenn da der Molotow den Weg zugekleistert ist. Du hast hier, dass sie einfach Base droppen. Ich würde das jetzt nicht schon wieder so eine Stunde Wartedingen hier. Warum, wo ist denn der? Keine Ahnung. One Hit. 50$ für AWP-Frag, nice. Passt dich ja doch. Ah, da ist er ja. Alle da? Ja. MR5 jetzt, oder was? MR5 16.000. 16? Ja. Oli, mal Move spielen. Kommt Jungs, go. Ja, ja. Mal irgendwas anderes. Ich hab am Anfang wieder alleine. Uiuiui. Ne. Ich hab keine Smoke für Langriss, du musst dann. Schluck mal, ne. Wär war natürlich unlucky. Das krieg ich die ganze Zeit. Benschen drauf, 2 Stück drauf. Vielleicht B rüber, komm. Neiner Neo. Vielleicht nochmal. Komm mit da rein. Warte. aus mitte aus der tipps kann er aufm b ich vielleicht von ihr ich habe noch mal eine hat das eine recht maul doch ja ist hast du vor b nein keiner mehr ich glaube ich habe tor bitte kann das denken oder seit ich hab die mitte jetzt wenn du konntest sich rum ok was so einfach so bleiben wenn ich schieße einfach um christ versuchen da wie pp hat mich dass er rauskommt er hat nach 40 sien zeit ich sag euch wenn er kommt ich jump im becher und am ausgang gerade noch nicht raus jetzt rum chriss nach dem schuss die dier noch safe noch mal geflasht die frei aus der gegner will weg gehen 19 sekunden also wieder nicht dumm naja nicht alle sterben halt hast du direkt zu tb ist ja ja tb ist weg er ist schon schlitz gesprungen er ist schon eher richtung lang kannst du da mal flächen nein aber er ist glaube ich nicht im eck muss wenn er sagt dass du schon mal die arme das da überkommt er ist jetzt 5 0 einfach so weiterspielen ja doch aber versuch diesmal ein bisschen anders zu machen dass du nicht so lange im schlitz stehst ich glaube ich bin da vorbeigelaufen ich bin da nicht das war todespech ja dann einfach nochmal er macht schießt aber schon wieder rein flasher ich lasse dich alleine mit oben ein acht ich mache ich mache mood auf a ja ich bin mit langen kurz eine durch kurz eine durch ja soll er kommen ich komme zum a schon ich mache maus bleib mal noch cd base audio ist gut so sagt jetzt immer genau an wo ihr die leute seht vielleicht kann ich dann lang pushen der überzahl vom tor der überzahl einfach chillen mitte kann weit raus mitte oben zoomt abp mitte oben zoomt abp einer kurz vorne ja ich mache hier auf joker wenn ich vorkomme ich werfe kurz da e und dann zoome ich wieder der supporter kann mit auf aim spielen ich spiele auf gegenflash dann einer zwei gegenflash kommt kurz einer dauer ich bin blind kurz noch drinnen einer bombe ist glaube ich dauer lang ist frei ich push jetzt lang raus kurz ich habe kurz drinnen einer gib mit der oben gas ich spiele kurz b oh die war falsch b einer drauf kurz habe ich blieb b drauf der planer ist kurz gefangen der ist kurz gefangen der ist kurz gefangen vielleicht kurz nochmal rein kurz guck er hat hits dicke hits let's stop b let's stop b am loch wir sind wieder irgendwann zu bell holen oh oh erstmal safe getraining ich bin nicht ergonomisch geh du schonmal bei cutters hoch Marcel secure der ist frei der muss b saven in mitte und mit am tor jetzt cutters komm cutters noch ganz schön aufgehend du ak mhm mja die runde noch dann haben sie aufhiem ich kann normal nach A die hatten sechzehn tausend ne die denken ja aber aber zweimal camp end ja aber müssen schon eigentlich vier runden in folge und letzte eko oder so keine ahnung wir haben auf jeden fall wieder doch mit einer gezielt flasher einmal lang kann dagegen flasht lang schon zwei raus grube rein noch einer nein vorgrube ganz low 10 ap grube und vorgrube noch einer ja im mitte gepumpt alles noch ziel ist er versorfen darf ja warum die lang nein doch nicht ich hab wahrscheinlich gesagt dass wir alle sind immer wieder auf dem b enddruck guck der wp noch zielt ja ach so hart noch gezielt anders als lang grube ich kann dir lang flaschen wenn du brauchst später ja später das war der mit 10 ap tut noch weiter hier dagegen lang offen die einer ich glaube ich bekommt eine die kommt was wir mal ab und auf die bs ich bedauere ich glaube ich glaube ich kann da noch nicht schlecht noch eine Ich geh auch rein. Ja, ich bin auch drin. Cutter Ausgang. Raus! Cutter Leaster. Schauber Mann! Nice, Jungs. Schön noch geholt. Ich hab's gesehen, Andrew. Das war etwas... Na, mit M4 hättest du den gehabt. Wir sollen mal Move riskieren, Thorsten. Was? Oder soll ich nur faken mit einer Swope? Ich fake ihn nur an. Nein, nein, nein. Ich fake ihn nur an. Ich mach direkt. Sonst lackt er dich nachher weder. Ey, das war eben zu pervers. Ich bin B spät, Liebe. Hm. Ich flash nochmal lang, Thorsten. Zwei Schell raus! Flasch mir einmal lang, Thorsten. Oh, warte, warte, warte. Mit der kann raus, Andrew. Ab mit der spät. Container 2! Noch einer da! Def in der Rube! Bleib hier zu zweit lang. Ich kann A supporten. Lang down. Kurz! Ich komm zum A wieder. Ich bin weiß. Lang noch einer. Ich bin weiß, ich bin mal weiß. Vierer. Lang schieb zur Mitte. Einer schon auf A. Ich komm hinter dem gepusht. Der letzte kommt auch kurz nach. Ich bin auf A, Def. Ja, der ist kurz drin. Ja, ok, dann zieh dich auch. Dann zieh einfach auch. Ich komm schon hinter dir. Der war am letzten auch wohl. Nee, ich hab mich kauft. Ich hab 16.000. Ja, gut. War der Molotov lang gut? Was? War mein Molotov lang gut? Ja, der eine war auf jeden Fall gefangen da drin. Den hab ich dann easy holen können. Posten, kauf mal noch Kit. Ähhh... Ah, zu spät, nein? Das war wegen dir. Flash kommt. Bin blind lang. Ich flash lang gegen jetzt. Super blind, einfach noch. Flasch. Lang ist nichts. B spielt vielleicht. Ich schieb zur Leiter. Oh, ich bin zu Gold. Kurz kurz kurz. B, was drauf? B ist gar nicht mehr. AWP mit oben. Kurz einer down. Einer kommt kurz schon. Vierer. Mitte oben down. Der ist down, Endo. Vierer. Vierer noch, low AP. Vierer kommt. Mach, Flash. Vierer down. Kurz down. Ey. Ich hab euch aber nur 3 Hälften gemacht. Geht doch, man. Serious Gaming. Ey, das Problem war, ich bin halt über dieses Chatmenu gegangen. Über dieses Kaukmenu. Wollt ihr grad links klick machen? Live? Ja, eine Runde bitte mit Standard safe runterspielen. Ja? Wir haben Bock auf nochmal. Ja, bitte. Ich hab AWP. Gib Gas lang. Ich bin sehr später. Wir spielen gleich. Wir spielen erstmal Standard kurz einnehmen. Wahrscheinlich dann B-Split, ja? Ja, ich mach mich dann wieder oben bereit. Ey, ich geh mit der AWP direkt zu B. Mach's von. Einer muss in der Mitte zielen am besten. Ja, dann ist das Scheiße. Doch, doch, pass. Ich hab AWP einen Shot in der Mitte. Okay. Ich ziel Mitte mit AWP. Die Hobby AWP. Nein, kaputt. Einer B auf jeden Fall. Ich komm jetzt B nach. Lange euch nix stehen. Molotov B, perfekt. Mitte oben Molotov. B ist mit. Ich smoke. Ich smoke. Oh, ich smoke. Oh, ich smoke. Ja, das ist perfekt, wenn der Name B ist. Ich bin nochmal nicht flashen. Ja, das müssen wir kurz einnehmen. Hier ist alles weg. Mitte, unten hat einer gezielt. Ja. Da sind zwei, Mitte unten. Einer CT-Base und einer ist, ähm... Kannst du Mitte mal nah smoken? Du kannst zu B gehen. Smoke mal das Tor hier. Oh. Ich kann jetzt flashen, ne? Ja, warte. Chris muss... Chris, flashst du mir Mitte raus? Ja, warte. Interessantes Mord. Mitte Flash kommt jetzt. Flash kommt Oli. Ich bin weiß. Ich hab dich. B Flash kommt. B Flash ist blind. Einer vor B. Mitte am Tor. Und spot einer. Jetzt ist immer noch in der Mitte. Nur einer B. Jetzt geht er zum Tor. Ab B vor Tor. Nach so einem Müll. Tor rein. Ich bin super blind. Bin auch blind, man. Auto pusht, pusht, pusht. Loch zielt. Da Tor. Warte. War der B zu 1 hin? War der B zu weg? Ja, wir waren vier zwei. Nach hier haben wir noch ne Tropfen. Ich komm mir am Ende mit nach. Ich komm mir am Ende mit nach. War der B zu alleine? Oder was war der? Wann? Ja, gerade. Ja, gerade. Am Ende? Wir taussten waren noch relativ weit. Lange einnehmen. Lange einnehmen, oder nicht? Ja, Ende, du kriegst du vorne den Part hin. Einfach vor dir gegen die Wand. Welcher? Achso, ja. Und dann mit vorjoggen. Ja. Ich flech diagonal. Aber Mitte hab ich getroffen. Ich weiß nicht wie viel zu B. Ich glaub zwei. Smog mal die Mitte. Hab keine Smog, scheiße ey. Ich smoke gleich Mitte. Da ist oft. Geht weg lang. Lange ist ne A, walk jetzt Mitte. Mitte Molotov. Die sind kurz drin. Ich kämpf lang. Die sind kurz drin, lass mal kurz naden. Naden kurz gleich. Waste an ABP. Ich komm mittelang, Oli. Ich hab zwei einen Charpeh nur noch. Ja, das kann ab wie vorjoggen. Die kann vorjoggen die haben. Pass auf. Katas war noch frei. Wahrscheinlich kommt die auch gleich. Ich bin kurz jetzt. Kann die mal kurz flashen? Ja, ich bin ja vorbei. Kommt rum Oli. Kommt rum Oli. Kommt wieder rum. Ihr guckt Oli. Kurzgemonotov. Ja. Ja, du musst kurz warten. Boost. Okay nice. Alter lang noch. Wir müssen die einfach umgasen. Wobei CD-Base ist schon geschoben. Ey hier haben die ne A, lass mal lieber B holen. Jetzt sind wir hier jetzt so. Wir müssen jetzt kurz durch. Ihr solltet jetzt go machen. Nein, lass ruhig noch zum B gehen. Wir haben noch 45 Sekunden. Ja, aber dann werden mit Mitte raus. Ah, ist halt scheiße diese AWP da die Schräge. Müssten Mitte auf jeden Fall erst noch einen Frag ziehen bevor wir B gehen. Mitte ist einer direkt. Down. Schön. Noch einer Mitte. Linke Seite, linke Seite. Schön. Am PZ jetzt aufpassen. Wow. Ey, einer angeblich abgekackt. Einer angeblich abgekackt. Spiel weiter. Ja, spiel safe. 2 in 1 vielleicht. Was? Hab ich ja auch. 1 in 1. Konzentrier dich. Eventuell. 20 Sekunden. Nice. Vielleicht abgekackt, aber nicht safe. 10 Sekunden. amplify der Gitarre. Standard 5. Platz für dein Kett. Nein. Sudd alt alt Papest. 1 auf sind. Entschuldigung. Frisch geht die allgemeine und du ziehst die auf. Zuheben oder verdächtig sind. Solche ich bin. Vorlie害, vielleicht ver Kai. Du erhoschst. Warum muss denn da jetzt ein Hai liegen? Nice, nice, nice. Oh, ich hab keinen Beier an. Alter, wenn du das so wäre, ne? Guck mal, wie er lacht. Er hört sich an wie ein Hund. Glückwunsch, Jungs. Danke. Endlich vorbei mit dem Müll. Endlich mal drin in dieser scheiß EPS. Kannst du wieder saufen, man? Ja, dann kann ich auch wieder in den Strick gehen. Ich glaub, jetzt haben die nicht so viel Bock zum Saufen. Alter. Ich glaub, du sollst mal so schlafen gehen. Ich bin mal raus und heute schon. Guten Abend. Ciao, ciao.